Emilia Undar Auch Emilia Undar war eine deutsch-baltische Schauspielerin bei Bühne und Film, am Theater. Die aus dem heutigen Lettland stammende Künstlerin trat ihr erstes deutsches Festengagement 1904 am Stadttheater von Metz an. 1906 ging Emilia Undar nach Aachen. Im Jahr darauf folgte sie einer Verpflichtung für fünf Spielzeiten an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Ihr erster Berliner Auftritt brachte sie 1912 an das Komödienhaus. Doch verließ die stämmige Schauspielerin bereits im Jahr darauf wieder die Hauptstadt und schloss sich für vier Spielzeiten den Münchner Kammerspiele an. Nach einer erneuten Stippvisite in Berlin 1917-18 in dieser Zeit gab sie auch ihr Filmdebüt gegen Emilia Undar für eine Saison an die Hamburger Kammerspiele. Ehe sie sich 1919 endgültig in Berlin niederließ einer Verpflichtung an die Tribüne folgend. Undar war verheiratet mit Hugo Herring. Emilia Undar feierte ihre größten Erfolge unter Viktor Barnovsky. Meist übernahm sie gewichtige Charakterparts. Beim Film Als Emilia Undar nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin zum Film kam, spielte sie bereits im Matronenfach. Zu den filmhistorisch wichtigsten Stummfilmen, in denen sie in Nebenrollen mitgewirkt hat, zählt Friedrich Wilhelm Murnau aus Bauerndrama Der Brennende Acker. Ihre erste größere Rolle spielte Emilia Undar als Schusters Frau in Wilhelm-Dieter-List-Holstoi-Verfilmung Der Mensch am Wege. Den Höhepunkt ihrer Filmkarriere erreichte sie in der frühen Tonfilmzeit durch Rollen in Robert Sjot-Mechs Liebesfilm Abschied und in Eugen Schifftansch. Lust spielt das Ekel. Am nachhaltigsten hat Emilia Undar sich dem Publikum jedoch als Darstellerin der Oberen in Leontine Sagan's Internatsfilmmädchen in Uniform ins Gedächtnis geprägt. Hier überzeugte Emilia Undar als herrisch kalte Ordnung und Rill als oberste Erziehungsprinzipien preisende Heimleiterin ohne diese Gefühle nicht zulassende preußische Zuchtmeisterin zu denunzieren. Mitte der 30er Jahre zog sich Emilia Undar ins Privatleben zurück. Filmografie Sündige Mütter Es werde Licht Vier Teil Therese Kallenbach Freie Liebe Der Tod und die Liebe Die alte Techie Werer Filmwerke Der Brennende Acker Die alte Markt Am Rande der Großstadt Der steinerne Reiter Schaffnerin Der Mensch am Wege Die Frau des Schusters Abschied Frau Weber Pensionsinhaberin Voruntersuchung Mädchen in Uniform Fräulein von Nortek Zornenden Oberin Das Ekel Hermine Bulke Gehetzte Menschen Frau des Bürgermeisters Der Weiße Dämon Scherben bringen Glück Das erste Recht des Kindes Baby Fräulein Fitz Manulescu Der Fürst der Diebe Der Alte und der Junge König Frau von Rahmen Bar Karole Witten